Ray Dalio ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und er ist der Gründer des größten nicht börsengelisteten Hedgefonds der Welt, nämlich Bridgewater Association. Bridgewater wurde von Ray Dalio vor über 40 Jahren in der Garage oder bei sich zu Hause gegründet. Ich nehme euch heute mit auf meinen Bildschirm, um euch die Top-Investments von Bridgewater und von Ray Dalio vorzustellen und somit let's go. Bridgewater Association wurde vor 45 Jahren von Ray Dalio gegründet und ist heute einer der größten Hedgefonds weltweit. Und das als nicht börsengelistetes Unternehmen hat es über 138 Milliarden US-Dollar Assets Under Management. Das bedeutet, es verwaltet für Dritte oder für andere Gelder in Höhe von über 138 Milliarden. Also das ist also wirklich bemerkenswert. Und ich stelle euch heute die wichtigsten Investments vor. Und die Nummer 1 Investment ist ein ETF, bemerkenswerterweise. Das ist ein ETF, der auf Emerging Markets abzielt. Emerging Markets sind sogenannte Entwicklungsländer, beispielsweise wie Asien, wie Südkorea, wie Russland, wie Indien, Brasilien, China. Und die Top-Ten Unternehmen, die hier gehalten werden, sind beispielsweise Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductors, MyTuan, Dianping, Reliance Industries, Nespers, die im Übrigen aus Südafrika stammen, China Construction Bank, Ping & Insurance Group, JD.com und eine weitere Bank aus China. Im Übrigen, diese chinesischen Banken haben sich mittlerweile zu den weltweit am kapitalintensivsten herausgestellt. Also früher waren da große Unternehmen vorne, wie zum Beispiel Wells Fargo oder JP Morgan. Heute sind chinesische Banken in diese Liga mit aufgestiegen und haben den Sprung eigentlich zur Überholung oder in die Überholspur angegeben. Weiter geht es dann eben mit einem weiteren ETF, das ist also die Nummer 2 in seinem Portfolio von Ray Dalio. Und das ist ein weiterer ETF auf dem S&P 500. Und ich habe euch hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht an Unternehmen, die in dem S&P 500 enthalten sind. Beispielsweise Google, Amazon, Ebay, Harley Davidson, Netflix, Ford, weitere wie zum Beispiel Ralph Lawrence, Polo, EA Sports. Ich schaue jetzt hier mal nur drüber. Morgan Stanley, Qualcomm, Visa, 3M, General Motors, Costco. Also das sind letztendlich die Top-Unternehmen aus den USA und er wettet hiermit ganz genau, wie es im Übrigen auch Warren Buffett tut, auf die wirtschaftliche, weiterhin wohltuende Entwicklung von Amerika. Und wir gehen weiter in den S&P 500. Weil sich diese S&P jetzt seit Corona, also vor Corona im Februar 2020 war das hoch bei etwa über 3000 US-Dollar. Ich habe hier den ETF, der dafür hinterlegt wurde. Und er ist abgestürzt auf 220 Punkte, der wie gesagt der ETF, der dafür hinterlegt wurde. Und heute ist er wieder an den Allzeithochstrand, teilweise sogar ein Stückchen ganz minimal drüber. Und wir sind hier jetzt in unseren Indikatoren bei einem leicht überkauften Bereich. Wir können aktuell noch keine Verkaufssignale sehen, aber zu diesen Kursen, die heute hier aufgerufen werden, würden wir einfach nicht investieren. Wir stehen hier auf der Seitenlinie, beziehungsweise sind letztlich investiert seit dem März 2020, weil hier zuletzt unsere Kaufsignale getriggert haben. Und das führt mich zur nächsten Position. Ein weiterer ETF auf die EMs, also auf die Emerging Markets, Entwicklungsländer. Erneut sind hier wieder Unternehmen zu finden, wie Alibaba, Tencent, Taiwan, Semiconductors, Samsung, Nespers haben wir bereits kennengelernt. Und JD.com und das ist bemerkenswert, denn ein Großteil der Portfolios von Ray Dalio und Bridgewater Association werden einzig und allein durch ETFs dargelegt. ETFs ist eine wunderbare Form, um günstig sich an einer Vielzahl von Unternehmen zu beteiligen. Und somit kann man definitiv sagen, dass Ray Dalio kein Investor ist, der sehr fokussiert investiert, wie beispielsweise es Warren Buffett ist oder noch extremer auch Charlie Munger. Sondern Ray Dalio ist derjenige, der hier sehr, sehr weit gestreut hat seine Investments. Und auch, das zeigt uns der nächste ETF, nämlich ein ETF auf Gold, auch in Edelmetalle investiert. Dieser ETF, also der SPDR Gold Trust ETF, ist der größte ETF, der mit physisch hinterlegtem Gold arbeitet. Also hier sind keine Papiere hinterlegt, die nur diese Entwicklung des Goldes 1 zu 1 nachempfinden, sondern das ist die tatsächliche Entwicklung von echten, physisch hinterlegten, tonnenweisen Gold. Und das ist also wirklich eine smarte Möglichkeit, um auf die weitere Entwicklung von Gold zu setzen. Im Übrigen hat aber dieser ETF am, jetzt muss ich mal ganz genau schauen, am 11.12. August ein Verkaufssignal getriggert. Das bedeutet also, wir sind hier seit 10 Tagen in etwa nicht mehr investiert. Die Verkaufssignale wurden hier ausgelöst und sind hier erstmal auf der Seitenlinie. Langfristig könnte es jedoch weiter hier in diesem Aufwärtstrend gehen. Kurzfristig könnte es jedoch dazu kommen, dass die Kurse sich eher tendenziell, ich mache das hier mal in der blauen Farbe, tendenziell seitwärts bis hin vielleicht so leicht fallend entwickeln werden. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Position, nämlich ein ETF, erneut ein ETF, der auf die größten und wichtigsten Unternehmen im brasilianischen Markt abzielt. Also sehr, sehr interessant. Ray Dalio setzt nicht nur im Einzelnen auf die Emerging Markets, wo ja Brasilien ein wesentlicher Teil ist, sondern auch hier nochmal gezielt alleine auf das Land Brasilien. Jetzt muss man dazu aber wissen, dass Brasilien eines der gebeutelten Länder weltweit durch die Corona-Krise ist. Und so hat er im Jahr 2020 Ray Dalio aktuell leider eher drauf gezahlt, als hier Geld verdient. Interessante Unternehmen sind aber dabei, wie zum Beispiel Valet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig ausspreche. Valet oder Vale, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, hatte zuletzt allerdings negative Schlagzeilen von sich geben müssen, weil ein Damm, ein Wasserdamm gebrochen ist und wirklich auch Menschenleben gefordert hat. Hier sind aktuell große Streitigkeiten, wer denn dafür verantwortlich sei. Es geht hier auch um Milliarden an Kosten tatsächlich. Und deswegen ist Valet mit Sicherheit langfristig ein interessantes Unternehmen. Wie das jetzt jedoch mit diesen Rechtsstreitigkeiten ausgeht, dass es noch lange nicht abgefrühstückt. Aber es gibt weitere tolle Unternehmen, vor allen Dingen Banken. Oder auch hier Petrobras, hier sehe ich es, also eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt auch, die im Übrigen vor den Küsten Brasiliens in großer Tiefe nach Öl bohren. Oder auch hier Embev, eines der größten Brauereien weltweit. Ich bin leider noch nicht in den Genuss von brasilianischem Bier gekommen. Das muss ich dringend mal nachholen. Wer hier zur Erfahrung hat, gerne in die Kommentare hinein. Aber lasst uns weiterschauen zu Ray Dalio. Denn er hat nicht nur die Merchant Markets und Brasilien auf dem Schirm, sondern auch Südkorea hier erneut durch einen ETF. Also sehr, sehr smart. Er sagt quasi, okay, ich bin zwar von dem Land Südkorea mehr als überzeugt, jedoch mich mit den einzelnen Aktien oder Unternehmen auseinanderzusetzen, das will ich nicht oder kann ich nicht. Ich würde eher sagen, will ich nicht. Und so entscheidet er sich für eine sehr smarte Idee, nämlich den ETF. Und hier sind große Unternehmen wie zum Beispiel Samsung hinterlegt. Und wusstet ihr, dass das Bruttoinlandsprodukt von Südkorea zu 50% von diesem einem Unternehmen abhängt? Nicht direktional, sondern indirekt. Also Samsung ist ja eines der größten Unternehmen weltweit, aber definitiv das größte Unternehmen in Südkorea. Und jeder zweite Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt an dem Unternehmen Samsung. Also Zulieferanten, dann die Versorgung und Entsorgung und Wasserversorgung, Elektrizität, alles Mögliche hängt an diesem riesengroßen Unternehmen. Und so hat auch in diesem ETF eine einzelne Aktie, einen Anteil von 21%. Das ist also schon wirklich krass. Aber es geht weiter mit weiteren bekannten Unternehmen wie LG Chemicals oder auch Hyundai Samsung erneut. Allerdings hier jetzt wieder die Sparte für die Chips. und POSCO, also eine der interessantesten Positionen von Charlie Munger oder auch weitere Banken, die hier auch in Südkorea ansässig sind. Darüber hinaus hat Ray Dalio auch einiges an Anleihen im Portfolio, die ich hier im Einzelnen nicht vorstellen werde und Einzelaktien. Viele, viele Einzelaktien und eine der größten Positionen, die ja sowohl in den ETFs sehr groß vertreten sind, aber auch hier als Einzelposition ist die Aktie Alibaba. Ja, Alibaba ist ja nicht nur das Amazon Asiens mit seinen Handelstätigkeiten, sondern hat auch eine sehr große Cloud-Abteilung und hat auch vor allen Dingen Ants. Also das ist eines der größten Finanz-Startups der Welt und soll jetzt eben auch an die Börse gebracht werden, die hier also wirklich Dienstleistungen rund um den Bezahlsektor hinsichtlich auch E-Commerce und weiteren Dienstleistungen abbildet. Also eine wirklich extrem interessante Aktie. Und zuletzt konntest du laut unseren Indikatoren die Aktie am 24. März hatten unsere Signale getriggert. Seitdem sind wir bei Alibaba dabei und ein wirklich interessantes Unternehmen. Weiter geht es mit einer Bank, einer Bank aus Kanada, die Royal Bank of Canada, die Ray Dalio als Einzelaktie in seinen Portfolios hält, die vor Corona bei etwa 82 kanadischen Dollarn genotiert hat, abgestürzt ist auf unter 50 und heute wieder bei 75 amerikanischen US-Dollar steht. Und das Interessante ist, dass hier die Entwicklung der Dividende wirklich bemerkenswert ist. Sie konnte nämlich um knapp 10% gesteigert werden in kurzer Zeit und ist dadurch wirklich ein interessanter Dividendenzahler. Eine weitere Aktie, und das ist jetzt quasi last but not least, ist die Aktie von Berkshire Hathaway. Und Berkshire Hathaway, das ist also wirklich interessant, hat zum heutigen Tag, Entschuldigung, zum gestrigen Tag ein ganz klares Verkaufssignal getriggert. Bedeutet also, dass hier große Investoren aktuell aus dieser Aktie aussteigen, unter Umständen sogar Bridgewater Association. Und kurzfristig ist also wirklich sehr stark davon auszugehen, dass die Aktie entweder tendenziell seitwärts läuft oder weiterhin fallend. Und langfristig jedoch, und davon bin ich wirklich überzeugt, wird sich das Unternehmen von Warren Buffett wirklich toll entwickeln. Denn was macht Berkshire Hathaway? Berkshire Hathaway, und da habe ich im Übrigen ein Video dazu bereits gedreht, das kann ich euch gerne auch in den Kommentaren verlinken, ist nichts anderes als eine langfristige Wette auf die Prosperität der amerikanischen Industrie und Unternehmen vor allen Dingen. Und deswegen bin ich wirklich der Meinung, dass sich langfristig diese Aktie nach oben entwickeln wird. Kurzfristig jedoch kann es dazu kommen, dass jetzt eben vermehrt Verkäufer aufzufinden sind und die Aktie sich eher tendenziell seitwärts bis leicht fallend entwickeln wird. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.